Kein Lehrer sollte das wissen. Schau, ich habe diesen Stift und darin ist ein Spickzettel versteckt. Siehst du das? Du kannst alles neben dem Lehrer lesen, denn aus der Ferne verschwimmt der Text und kein Lehrer wird ihn sehen. Ich habe jede Prüfung auf diese Weise bestanden. Ich habe einen Spickzettel ausgedrückt und ihn zu einem Gehäuse gesteckt. Ich konnte in der ersten Bank sitzen und alles mit einem Stift aufschreiben. Als ich alle Informationen von einem Stift abgeschrieben hatte, nahm ich einen anderen mit einem neuen Spickzettel. Du kannst einen solchen Stift auf Amazon.de, Ebay.de und verbieten Pan.de kaufen. Du wirst einen Stift in einem so schönen Umschlag erhalten. Wir versenden täglich Pakete für sie.